was geht leute ich bin's johannes ich begrüße euch herzlich zu einem neuen video auf meinem kanal ja leute heute zocken wir mal wieder duo heute zocken wir mal wieder fortnite diesmal teams und ja leute fangen wir mal direkt an ich habe jetzt wieder meinen anderen skin genommen dungelsturmspärerin und ja leute ich nimmer einen anderen ja ich ladebildschirm das machen wir mal anders mal gucken wie lange das dauert so da werden wir noch vier nirgendwo jetzt drei nirgendwo Und ja Leute, wir gehen mal in Misty Nido Die wollen catchen gehen, glaube ich Ich habe ein Screenshot gemacht, das ist super Ja, das ist fett Jupp Leute, ich habe auf Versehen gerade Irgendwie ist es geschafft, ein Screenshot zu machen Wie auch immer Wir landen jetzt in, äh, Catching Corner Äh, Misty Nido Ich lande hier auf dem Mondturm Ja, steht auch anders Na, super Der hat mir bein angekriegt, der ist Oh shit Der baut den Safe irgendwie im Turm ab Aber Junge, nicht mit mir Ja, kannst du nicht mal machen, was du willst Wenn ich das überlebe und das überkomme Dann bruder, dann bist du dran Okay, ich habe den Pack So, wo bin ich denn? Na du? Und da Hier ist noch irgendwo einer Wo bist du, du Kleiner Ich bin jetzt direkt Kein Bock, dass du die da wiederbelebt Der Ziel muss gelernt sein, Leute, ihr wisst Bescheid Wo ist der andere jetzt noch gewesen? Der ist denn da draußen irgendwo? Komm ich hol Der, ich glaube, der ist da draußen Den schnapp ich mir jetzt Der kann jetzt Der atme nicht mehr lange Ich muss den nur noch finden Ich muss den nur noch finden Na, tipp Den möchte ich ja koffen Wenn wir mal zur Abwicklung Mini Was heißt Mini? Das heißt Vicky? Ich habe schon Beikillt, kaum zu glauben Was haben wir hier drinnen? Ich geh mir mal zu hier Weil da ist mehr Ja, mehr Musikion drin Wäre auch schlauer Macht man so einiges Wenn man das immer macht Ah, hier hören wir noch Eine blaue Eier Na, super Einer ist Island, glaube ich, begangen Oder? Nee Ist er nicht Hä? Oh, war das knapp Arabisch? Meines Wissens nach Also arabische Schrift Ich geh mal Ich geh mal Island, Leute Oh, kleiner Erwischen Und chill Sechs Kills Das ist schon Wow Muss ich schon sagen Sechs Kills Oh, schüttelkomm What? 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 Da weg Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der denn jetzt her? Das ist blöd Mann, die machen ein Terz, ey, Leute Gibt's doch nicht Alter, falls ich mal weiter Mal weiter Ja, okay, also hier wieder Ich hab wieder 125 HP, Leute Boah Also das war schon wirklich Ganz erschöpend Den hätt ich fach nicht mal holen können Mein E-Mail ist gerade Irgendwas gestorben Wo ist der? Naja, wuchst du, Rudolf? Wo sonst? Ja Ich hol den vielleicht gleich Okay, ich hab hier einen Wiggy Den kann ich mehr Okay Okay, 175 HP, Leute Der jetzt left ist Dann Wär das Wirklich nicht gut Komm, guck an Wo ist der überhaupt Ist der Lazy Lake? Ey Da geh ich jetzt nicht hin Nach der Authority Da geh ich jetzt wirklich nicht hin Ich dachte, der wär jetzt Lazy Lake Lazy Lake wär ich noch gegangen Aber Authority ist schon Ein bisschen wirklich weit Das muss man so sagen, Leute Ja Also holen tue ich dir nicht mehr Ja, dann sind wir eben nur noch zu zweit Schade 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 Schokolade Dann sind wir mit den Mit dem Nehmen wir mit den Das will ich jetzt noch nicht berg brauchen Der Rauchhahn, weiß auch nicht so. Wer kennt es nicht? Am frühmorgens aufstehen und plötzlich liegt man ein Schiff. Die Werke geholt. Ich geh mal zum YouTube. Wer gewinnt sich denn nützlich? Vielleicht mal zur Abwechslung, was für nützliches drin ist. Ich wehe, dass einer, der jetzt irgendwie den Hut holen will, den hole ich dann. Gute Position. Auf Easy Peasy jetzt einfach mal gönnen. Ich sag was, es wird okay, eine Goldene auch, die gönne ich mir direkt. Wo? Wo kann mir jetzt der einfach zubauen? Weil auf unnötig Spiel blieb, hab ich jetzt keinen Bock. Der Kleine, ich weiss nicht. Aua. Aua, maua. Zack. Yo, was ist das? Was, 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 was? Okay. Leute, die nehm ich mal ausnahmsweise. Weil die Gold ist, Leute. Die nehm ich mal ausnahmsweise. Easy. Easy going. Ich dachte, ich wär mit dir übelst, über zu schlecht. Aber es fällt sich in Grenzen, Leute. Bin ich ehrlich. Ja, fress doch noch die, die Stadt auf, Junge. Böder Ei. Da muss ich doch nachladen. Ja, super. Mal gucken, was auf dem Depping kommt. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen vernünftig ist, da gemessen kommt. Halt, ich hab was vernünftig ist in dir, bitte da. Halt, ich hab's nicht in der Luft. Okay, Leute. Eine Scar, Leute. Die gönne ich mir jetzt. Gegen die auf, Leute. Tut mir leid, aber... Ich hab also eine Scar von mir irgendwie mit der... Äh, wie heißt die? Äh, der... Auch. Aber was ich machen kann, ist... Ich glaub, die Ungewand und die Ungewand und die Ungewand. Eh, wie könnte ich damit machen? Nee, ich bin die Ungewand. Lofig. Oder? Ah. Leute, dich mein ich. Wack, die hat schon rum, mein Internet. Das ist so tot, mein Internet. Aber es gibt noch, ähm... 23 Gegner. Also vielleicht könnten die diesmal so abwechslungsvolle gewinnen. Was für mich, was ich sehr, sehr kniften würde. In der letzten Folge... Ja, Leute. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, was dann abgeht. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, geht einfach auf meinen Kanal und vlogt meinen Kanal runter. Dann müsste irgendwo die letzte Folge sein. Jetzt geht ich jetzt fest. Aber diesmal nicht. Ich guck jetzt erstmal um. Ich glaub, ich geh erstmal in die Zone. Das wäre ja das Schlaueste, was ich machen kann. Ja, und da unten saufen. Dann geh ich ja jetzt aber hin. Ich hab jetzt 8 Kills, Leute. Also schon für meine Handyverhältnisse, sind 8 Kills schon wirklich sehr gut. Das muss ich euch so wirklich gestehen. Ja, ne. 8 Kills ist für meine Verhältnisse im Team schon wirklich gut. Ja. Da kommt so einer. Da kommt so einer. Skarnier. So, ja komm. So, ja. 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 Mal gucken, wie ich das ausschalte. Mal gucken, wie ich das ausschalte. So, ja. 14.000 Ziele sind. Ja, doch. Ich bin nicht immer. Oh. Keiner weiß ich nicht. Nicht die Schwester. Ich bin nicht die Schwester. Ich bin nicht die Schwester. Ich habe hier. Schmeckt. Oh no. Ich hab was aber auch. Oh. Sauber gehätschottet ey. Sauber im 220er direkt reingedrückt. Der hat geschmeckt. Mädchen. Leute. Für 5. Und 24. hier. Ich ging recht. Ich ging recht. Hier. Hau. K upgrade. Yung, geh raus. Wo ist der wo ist der wo ist der wo ist der wo ist der? Der ist hier drinnen. Es shit. Leute, 10 Kills Wow Und es sind tatsächlich nur noch 4 Gegner Ein Team noch Und wir sind das Duo des Letztes Denkt ihr, wir holen jetzt Einen Sieg? Stellt auf Pause und schreibt euch mal in die Kommentare Hier kommt einer Nicht schummeln, Leute What? Okay, okay, okay Golden Tracks Vorbei Oh mein Gott Schnellt bei mir nicht Schnellt bei mir nicht Nein Nein, Alter Ey, mein Teammate muss den Sieg holen Und dort ist die ganze Runde wieder versaut Der schafft das Safe nicht Safe Ich weiß nicht, was ich mache, wenn der das schafft Das wird mich so wundern, wenn der das schafft Ich habe 11 Kills, Leute 11 Okay, noch 2 Der hat den Chuck Chuck Der könnte das jetzt vielleicht noch schaffen Ich hoffe wirklich, er schafft das Weil wenn der das schafft Das wird zu nice, Leute Ja, sortieren Kann der wahrscheinlich auch nicht Oh, meine Karte ist doch Spaß Nein, Spaß Alles gleich schön Der hat ja alles Goldene Wenn er mich jetzt noch reviven geht, dann weiß ich auch nicht Der geht mich jetzt nicht allen, ja Loll Loll, Leute Der geht mich einfach reviven Der geht mich einfach eiskalt Der Titat hat halt halt wirklich durchgezogen Oh, hat der den guten Loop gehabt, ach der war da vorne, glaube ich Jetzt egal ob Zone oder nicht Zone Den Loot gönne ich mir jetzt, Leute Okay, Zone killt halt trotzdem übertrieben Hardcore, Leute Da muss ich jetzt Ich sortiere mal jetzt nicht großartig Also jetzt nicht umbringen Es sind nur noch Okay, Pilze, Pilze, Pilze Pilze retten mich Pilze retten mich wirklich Nein, 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 nein 3 HP, Leute Leute, 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 Leute Knapp Knapp, knapp, knapp Knapp, knapp Wenn ich den Leute Digga, Ehrenmann Größter Ehrenmann Hab ich Schmerz genug? Ja, ey, Leute Ich gönne mir jetzt erstmal diesen unendlichen Chuck Chuck Wenn der mal voll wäre Ich habe einfach eiskalt 8 HP 5 Schild und 3 HP Es ist sofort zu Ende Wenn ich jetzt Ich gehe mal hier ein bisschen an den Rand Ich glaube, ich brauche den gleich gar nicht mehr hören, weil mein teammate den jetzt gleich holt Ja, okay, Bruder Mach doch Endlich 15 Sekunden 14 Kills, Leute Insgesamt 11 davon hab ich gemacht 12 2 1 Go So, Leute Ähm, ja Super Batterien 20% leer Auch interessant Das ist jetzt letzter Gegner Wenn ich den finde Bitch, no risk, no fun, ey Bitch, no risk, no fun, ey Easy, Leute Endlich mal ein Sick geholt Teams auffüllen Krass So, Leute Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen Schreibt in die Kommentare, was ich noch so zocken könnte Und ja, Leute Passt ruhig auf Macht keine Scheiße Und haut rein